Wahrscheinlich hast du deine Karriere nur, weil du viel Glück hattest. Dazu sag ich jetzt nix. Okay. Ständig im Rampenlicht, da musst du dich nicht wundern, dass man als Kinderstar später psychische Probleme hat. Kommen wir zu Zettel Nummer 3. Sorry fürs Rascheln an dieser Stelle. Der nächste Bullshit ist, verstehe nicht, warum du dich beschwerst. Andere würden alles dafür tun, berühmt zu sein.